Ich hab heute nichts versäumt, denn ich hab nur von Bier geträumt. Ich hab schon lang keins mehr gesehen, ich sollte mal zum Kühlschrank gehen. Alles was ich da drin hab, ist kühles Bier, so wie ich's mag. Ich hab totalen Durst, doch sicherlich ist euch das Wurst. Dieses Video wird präsentiert von Faxe, die größte Bierdose von Deutschland. Wahrscheinlich, weil sie auch nicht in Deutschland hergestellt wird. Die Dänen können alles dehnen. Muhahaha, so wie wir noch gekalauert, kommen wir zum eigentlichen Thema. Muhahaha. Yeah, uhu, heute ist Mittwoch, der 8. Dezember. Und da sitzt ein Haufen Vögel drauf. Die haben Irokesenfrisuren. Gelbe Vögel mit blauen Irokesen. Das Ding ist schon wieder rund, allerdings diesmal ovaler als die Kerze gestern. Die konnte man ja sowieso nicht wirklich sehen. Und es ist ein Mond. Mondangste mir! Hm, 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 hm. Wie denn felsig. Mondangste mir! Wie denn den Film macht? Mond! Mond! Hm! Der Mond ist abgegangen! Ja! 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 Nichts! Ja! Ja! Vielen Dank.